Ja, warte, 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 warte. So, so, so. Ich hab ja gelernt. Ja, sieht doch gleich viel schöner aus hier. Ja, wir müssen doch nachpflanzen, ne? Natürlich. Wird gemacht, Chef. So, hier auch nochmal. Und dann da noch. Dann hätten wir es. Dann kann die Zuckerrohrplantage nochmal einvertragen. Dann ist ja auch alles abgeerntet. Anschließend noch in die Grabkammer bringen. Und dann ist das hier erstmal von der Agenda. So. Ah, sind wir wieder voll. Randvoll. Da. So. Hab mir auch gar kein Thema zurechtgelegt. Oder überlegt. Generell denke ich ja nie nach. Hab ich noch nie. Naja. Muss ja nicht sein, ne? Dann gehen wir aber gleich wirklich an die Bergbude. Was ich da so für Ideen hab, eigentlich gar keine. Aber das kennt er ja schon von mir, dass ich da ein bisschen planlos bin. War das schon alles? Ne, der Kürbis noch. Und wir sind auch schon wieder rappelvoll, ne? Können wir ruhig nochmal in den Keller gehen. Mann. So. Bisschen was abladen. Ne, da jetzt so spontan nicht. Aber hier so zum Beispiel. Und. Zum Beispiel. Auch. Unter anderem gar nix. Äh. Einen Crossing Table können wir ruhig mal hier lassen. Ach, weißt du. Das scheiß Ei, ne? Komm her. So. Kann da eh kein Küken raus. Ja, komm. Den Rest behalten wir jetzt erstmal. Ganz so viel Zeug werden wir da ja nicht mitnehmen noch. In der Bergbude. Und wer weiß, wofür es gut ist. Wie immer. Ich weiß es nicht. Schi-tschi-tschi-tschi. Und ich hoffe, wir bleiben diesmal von Framelacks verschont. Das wäre ja echt ganz famos. So, das sieht momentan aus wie... Ah, haha. Ich hab die Cleanstones vergessen. Na, 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 na. Dieses Huhn da, ne? Das steht ja echt schon seit Folge 1. Das wird jetzt geschlachtet. Komm her. Nein. Jetzt wäre ich ja fast runtergeflogen. Mist. Oh, zah, 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 zah. Nicht ganz runter. Hüpp. Ach, Mist. Einmal probiere ich es noch. Haha, sehr gut. So, können wir hier irgendwie... Sollte einfacher sein, dieser Abstieg. Ich wollte Zeit sparen. Nicht. Ja, nicht. So, da wären wir übrigens schneller gewesen. Aber wir haben das Hühnchen erlegt. Das ist auch schon mal was. Das ist so ein schwacher Trost. Immerhin. Ähm... Ähm... Ah, Cleanstone. Cleanstone, Cleanstone, Cleanstone. Jawohl. Hm, 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 hm. Nee. 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 Ah, ja. Wir sind sehr verschont von Framelacks. Aha. Aha. Nee. Nee. Die probiere ich gar nicht erst. Zweimal 64... Entschuldigung. Da ist mir mein eigenes Wort im Halse stecken geblieben. Zweimal 64 sollte ja fürs Erste reichen. Ja, es ist nicht der schnellste Aufstieg. Das stimmt schon. Aber es ist mal was anderes. Und jedes Mal, wenn ich hier hochkomme, werde ich mir das angucken. Und ich habe schon wieder die Wolle vergessen. Mist. Naja, jetzt werden wir hier erstmal die... Äh... Die ganze Erde raushauen. So. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt... Ja, doch, komm. Wir ziehen jetzt hier eine Wand. Haben wir auch weniger Arbeit, dann ist die ganze Erde schon mal weg. Und da machen wir so. Dann kommen hier Glasscheiben... Lassen wir das so? Das hätte ja auch was, ne? Ja, doch. So lassen wir das, glaube ich. Das ist nicht schlecht. Vielleicht könnte man hier so ein richtig großes Bild hinmachen. Aber was wir hier auch hinzaubern können, ist ein Tisch. Inwiefern ich jetzt einen großen Tisch bauen soll... Ah, guck mal, das waren ja sehr viele Zäune. Äh, ist mir noch... Unbekannt. Ah, guck mal, haben wir noch was Holz. Sehr gut. Ähm... Das wird auch gleich eine Katastrophe, wenn ich versuche, den Tisch zu bauen. Aber vielleicht kann man das ja irgendwie... Neee... Oder? Neee... Neee, das ist doch kein Tisch. Und dann... Warte, 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 warte. Ja, theoretisch ist es ein Tisch, aber... Das sieht doch... Das finde ja sogar ich scheiße. Und dann hier so ein, oder was? Neee, guck mal, da kannst du doch keinem erzählen. Setz dich da drauf, hängst du mit der Fresse hier im Holz. Hm. Hm, 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 hm. Was wir theoretisch machen könnten... Ich reiß hier nochmal alles weg. Was wir machen könnten... Wäre... So einen hier. Und dann in den Boden quasi... So. Ja, ist auch mehr so primitiv, ne? Sieht nicht aus wie eine moderne Luxushütte, sondern vielmehr... Wie eine Steinzeithöhle oder sowas. Nee, ist auch kacke. Das kann ich echt nicht verantworten. Das geht gar nicht. Na komm. So. Ganz schnell wieder zubauen. Dann bleibt uns noch... Leider nur noch eine Alternative. Was man als Tisch anbieten kann. Und das wäre... Wenn ich noch ein bisschen Holz hab... Ähm... Vier... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sechs. Sechs brauchen wir. Und dann hauen wir da die Druckplatten drauf. Nein! Na, ich weiß nicht. Und dann hier... Stühle. Und immer wenn man rumgeht, klackt es. Dann kann man eventuell noch da hinten Stühle anbieten. So und so. Na, ich weiß nicht. Na, ich weiß ja nicht. Was haltet ihr denn davon? Sag doch mal. Genau du. Sag. Los. Hau raus. Von hier unten? Na, ich weiß ja nicht. Und wenn man das ein bisschen mehr im steinigen Stil hält... Und das Ganze mit Steindruckplatten macht... Wie ist das da? Ist das besser oder... Genauso schäbig. Und dann die hier vielleicht auch aus Dings... Stonebricks. Ach ja, wir können jetzt auch mal die Monster wieder... Aber auf easy. Take it easy. So. Toll. Haben wir schon keinen Platz mehr. Das ist ja herrlich. Da gerät mein Herz in Wallungen. So. 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 Und so. Und dann hier noch irgendwie so. Oder... Sieht das besser aus? Sag doch mal. Das sieht besser aus. Ja, ich glaube, das kommt schon besser hier in der Hütte. Übrigens ist mir durchaus bewusst, dass man das Wasser auch einfach ein weiter oben anfangen lassen kann. Und dann diese Steine nicht braucht. Und dann diese Steine nicht braucht. Aber ich finde das irgendwie cool so. Hier auf der Holzterrasse müssen wir ja auch noch was machen, ne? Ah, der schwebende Sessel. Ne, ist scheiße. Was könnten wir hier machen? So einen. Wenigstens hier so dekorative Ecken. Martina Wittler auch ganz gerne. Ich mach die Wohnung schön. Und dann vielleicht... Fackeln drauf. Na, ich weiß ja nicht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich gar nichts weiß? Eigentlich. Ich hab keine Ahnung von nix. Ich sag dauernd, ich weiß ja nicht. Guck mal, ich hab das Gravel da gerade für ein Skelett gehalten. Naja. Hm. Hm. Na, ich weiß ja nicht. Nein. Hup. Hm. Ja, so langsam nimmt das Form an. Das stimmt schon. Aber dennoch ist es nicht das Gelbe vom Ei. Und hier würde ich übrigens auch mal ganz gerne entweder ausleuchten. Oder zumachen. Aha. Aha. Oho. Ah, hallo Zombie. Ja, jetzt kürt ihn in und schubst uns in den Tod. Das hat tatsächlich... Es hat was vom Creeper, ne? Es hat tatsächlich was vom Creeper. Der Creeper King. Scheiß auf Burger King. Wir haben Creeper King. Ist das hier jetzt größer oder... Ist das gleich beendet? Wenn der nämlich größer ist, dann lasse ich es jetzt. Aber... Wenn er gleich beendet ist, dann kann ich es jetzt ein für alle mal ausleuchten. Dann haben wir den Besuch von den Nachbarn nicht mehr so oft. Ah, das zieht hier anscheinend doch ein bisschen größer aus, glaube ich. Da geht es dann auch noch weiter. Hm, das ist ja doof. Ach komm, weil wir so wenig Kohle haben. Kann ich ruhig mal... Kann ich ruhig mal machen, ne? Epische Musik beim Kohleabbauen. Wir haben keinen Platz in den Taschen. Das ist ärgerlich. Da muss ich was wegschmeißen. Den Stick. Am Ende war das eh wieder völlig falsch synchronisiert. Und ich habe mich gerade wieder lächerlich gemacht. Was ich ja sowieso immer mache. Also ist das scheißegal. Hey! Da summt uns die Liliana wieder ins Ohr. Hm. Bin ich eigentlich lebensmüde gerade? So spontan? Nee, ist eine Sackgasse. Alles klar. Dann können wir ruhig noch ein bisschen Kohle abbauen. Christoph. Ah. Guten Tag. Okay.